Heute möchte ich euch ein KI-Tool vorstellen, das bestehende Videos in eine andere Sprache übersetzen kann. Aber so, dass am Schluss ein neues Video rauskommt, wo ich mit angepasster Lippenbewegung in einer anderen Sprache, aber mit meiner eigenen Stimme zu sehen bin. Total verrückt, aber schaut es euch einfach mal an. Bis gleich. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auch im Bildungsbereich, die schafft eine Menge neue Möglichkeiten, aber auch eine Menge neuer Diskussionsmaterial, vor allen Dingen auch bei dem Dienst, den ich euch heute vorstellen möchte. HeyGen ermöglicht es zum einen aus normalen Fotos kleine Videos zu erstellen, wo dann die Lippen in dem Foto bewegt werden, aber jetzt auch in einer neuen Beta-Version die komplette Übersetzung eines Videos, so dass ich nachher mit angepasster Lippenbewegung auch mit einer anderen Sprache meine eigene Stimme auch zu hören bin. Und genau das wollen wir uns jetzt auch einmal im Detail ansehen, wie das funktioniert. Dafür mache ich jetzt hier nochmal einen Schnitt und nehme genau diesen Videoschnipsel, den ich jetzt gerade aufgenommen habe als Beispiel und lasse diesen neu generieren. So, genau. Und genau das wollen wir uns jetzt mal im Detail ansehen. Also ich habe jetzt hier oben auf dem Desktop die Videodatei von meinem Part, den ich jetzt eben gerade aufgenommen habe und bin jetzt hier im Browser bei app.heygen.com. Ich habe mir dort einen kostenlosen Account angelegt. Die Nutzung ist in der Basisvariante kostenlos, aber dann gibt es auch immer nur einen Credit pro Monat frei. Das heißt, wer dann einfach mehr möchte, der muss dann zu einem Bezahlaccount auch greifen. Ich schaue hier unten mal in den Labs nach und sehe hier die Funktion Video Translate und habe jetzt hier einfach die Möglichkeit, bestehende Videos, die ich habe, hier reinzuziehen. Und dann wähle ich hier unten noch die Sprache aus, choose a target language. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, entweder fremde Sprachen, jede Menge Sprachen, Spanisch, Französisch, Hindi, Italienisch zu nehmen, die dann aber von einem KI-Tool generiert wird oder eben Englisch mit meiner eigenen Sprache. Dann klicke ich auf Submit und dann warten wir ein bisschen und schauen uns gleich das Ergebnis an. Viel Spaß. AI's development, including in education, brings new possibilities and discussion material. This is relevant with the service I want to introduce today, which leverages AI advancements. AI in education fosters innovation and sparks critical debates. HeyGen is a tool that lets you turn regular photos into small videos with animated lips. In its latest beta version, it now offers complete video translation. This means that you can hear your own voice in a different language with lip movements adjusted accordingly. With HeyGen, you can create personalized videos that are not only visually engaging, but also multilingual. And that's exactly what we want to take a closer look at now, how it works. For this, I will make another cut here and take exactly this video clip, which I just recorded as an example and let it be regenerated. Ich muss ehrlich sagen, ich schwebe noch zwischen. Ich bin irgendwie total begeistert, beeindruckt, aber vielleicht auch irgendwie besorgt, weil das ist ja auch schon meine Stimme mit etwas, was ich jetzt gar nicht gemacht habe. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein ganz neuer Move, den wir jetzt haben oder den ich jetzt auch erlebe, dass jetzt ein KI-Tool im Prinzip nicht nur mit meinem Aussehen arbeitet, sondern auch mit meiner Stimme arbeitet und ich mich jetzt auch erstmal darauf verlassen muss, dass das, was jetzt in dieser fremden Sprache gesprochen wird, auch wirklich dem entspricht, was ich vorher in Deutsch gesprochen habe. Also lasst uns einfach mal drüber diskutieren, wie geht es euch, wenn ihr das Ganze seht. Habt ihr da schon eine feste Meinung dazu? Seid ihr mehr so auf der euphorischen Seite oder teilt ihr da eine Besorgnis oder geht ja sogar noch ein paar Schritte weiter? Ich glaube, da müssen wir noch ganz viel miteinander besprechen. Fangen wir hier einfach mal an. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis bald.